UNTERTITELUNG Es braucht Kraft und Konzentration, um etwas zu gewinnen, von was man eigentlich Angst hat. Ich bin froh, ich freue mich sehr. Bye! Ich liebe dich! Der Sturz war eigentlich ein sehr kleiner Fehler. Ich hätte sterben können. Das ist der Gratwanderung. Er hat einen Schlag, dann passt es nicht mehr nachdenken über die nächsten Meter. Denn dann denkst du nachher nicht mehr nach. Hoffentlich geht das gut aus. Was für ein Saurier, die da im Labor zusammengerührt haben. Evakuieren Sie die Insel. Sie ist ein hochintelligentes Tier. Sie wird alles töten. Du bist Birdman. Du bist ein Gott. Wieso ziehst du nicht deine Flügel und dein Vogelkostüm an? Verdurstig! Lass uns doch einmal zurückgehen und Ihnen zeigen, wozu wir imstande sind.